Herrlich. Fertig mit der Werkstatteinrichtung. Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sebastian und das ist der YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ja, viele von euch haben schon mitbekommen, ich habe eine neue Werkstatt und... Heute möchte ich mit dir über das Thema Wandverkleidung sprechen, ein bisschen über Licht und Boden. Das sind so die drei wichtigsten Punkte hier bei mir in der Werkstatt, wahrscheinlich bei dir auch. Ich habe in den vergangenen Videos, das waren glaube ich zwei oder drei, ein bisschen über die Sicherheit gesprochen, wie du deine Fenster absichern kannst. Insgesamt waren es glaube ich zwei oder drei Videos. Dann habe ich ein Regal aufgebaut, was so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Die Videos findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und übrigens für diejenigen, die es noch nicht wissen, es gibt mittlerweile die Mr. Handwerk-Tasse zu kaufen. Und es gibt auch passend Sticker zu kaufen. Ich werde ganz oft angefragt wegen Stickertausch und unten in der Videobeschreibung findest du einen Shop. Dort kannst du die Stickers, T-Shirts, beispielsweise dieses hier, was ich übrigens sehr, sehr cool finde. Und ja, und diese Tasse hier kannst du dir kaufen. Wenn du Interesse hast, dann leg dir so eine Tasse zu. Die ist richtig cool. Und leider muss ich heute freihand filmen. Ich hatte hier Unterstützung von Wolfkraft. Ich hatte nämlich gerade hier meine Kamera aufgestellt gehabt. Ja, heute geht es um das Thema. Ja, was für mich am wichtigsten ist, ist irgendwie die Wände zu verkleiden. Das Licht, das geht aktuell noch. Ich arbeite hier mit Softboxen und hier mit den Deckenleuchtungen hier LED-Strahlern. Und ich hatte euch ja letztens schon gefragt gehabt. Und vielen, vielen Dank für die Ideen, die ihr hattet. Und heute geht es halt so ein bisschen weiter in die Thematik. Also ich möchte mit euch genauer das anschauen. Und ich habe mir auch schon irgendwie was überlegt. Was ich jetzt hier mache, auf jeden Fall muss hier an dieser Wand, muss was ran. Weil das ist eine Doppelblech. Kennt ihr wahrscheinlich von Halmbau, ne? Das sind zwei Bleche. In der Mitte ist so ein Schaumstoff, so ein Dämmmaterial. Und ich kann jetzt schlecht da an die Wand ranschrauben und die ganzen Sachen anbringen. Und normal finde ich das gar nicht so schön. Ich habe schon so eine gewisse Vorstellung. Und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall diese Wände verkleiden. Das ist nämlich mein Hauptmerkmal, was sich am meisten stört jetzt hier, diese Wände. Den Boden, den kann man immer noch machen. Ich hatte da jetzt ein, zwei Tipps von euch gehabt. Unter anderem ein Hersteller. Den bin ich sogar jetzt in Kontakt getreten. Genau. Da bin ich jetzt noch überlegen, welche Fliese. Und ja, wir sind noch so ein bisschen am Verhandeln. Ich hoffe, das wird was. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne noch mal ein und zwei Alternativen machen. Man könnte natürlich auch den Boden erstmal weglassen. Aber es ist natürlich ziemlich ärgerlich, wenn du jetzt hier einziehst und ja, den Boden verlegst, ne? Beziehungsweise dann später in den Boden verlegst, wenn hier schon Werkbänke stehen und alles eingerichtet ist. Du musst natürlich wieder alles rausräumen. Da hat keiner Bock drauf. So, ja, jetzt bin ich nämlich hier an einer Frage. Also ich bin oder ich komme irgendwie nicht weiter. Also wir haben hier einen Stahl verzinkt. Hier unten haben wir den Sockel, das Fundament, Streifenfundament. Und darauf ist auch alles gebaut. So. Und ich muss irgendwie die Wände verkleiden. Da gibt es sich natürlich jetzt, dass man hier zwischen was macht. Das kann ich aber nicht machen, weil die Verstrebungen hier unterschiedliche Tiefen haben. Das heißt, mal sind sie fast bündig, mal springen sie zurück vier, fünf Zentimeter. Das heißt, ich komme gar nicht drum herum. Wenn ich was mache, beispielsweise Plattmaterialien hier gegen setze, dann muss ich wahrscheinlich die hier am Fundament befestigen und dann hier an den Stahlpfosten. Und bis zur Decke werde ich jetzt nicht hochgehen. Ist totaler Quatsch, weil die Beleuchtung kommt auch ein Stück tiefer. Und ja, ich bin jetzt am überlegen, was ich nehme. Nämlich Siebdruck. Ich will was Dunkles haben, weil es soll so eine Art wie ein kleines Filmstudio hier entstehen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, was ich mir vorstelle. Aber in diese Richtung soll es in etwa gehen. So. Und jetzt hapert es irgendwie an den Wänden. So. Muss ich jetzt hier eine Unterkonstruktion hinbauen. Nämlich große Platten, die ich einfach ran stelle und unten festdübel und hier wahrscheinlich auch ein, zwei Löcher in den Stahlkern bohren muss. Ja. Da stellt sich die Frage, darf man das? Aber ich glaube, ja. So 5 mm Bohrung oder Gewindeschraubung, damit ich mal so ein paar Schrauben setzen kann. Da müssen wir natürlich beachten oder ich, wenn ich jetzt hier eine Platte festdübel und dann oben, das Ganze arbeitet ja, da muss ich ja langen Löcher wahrscheinlich reinfräsen oder die Löcher größer machen. Äh, genau. Oder man, man macht hier Platten rauf. Aber ja, ich bin mir total unsicher. Ich hoffe irgendwie, dass ihr eine richtig geile Idee habt und mir weiterhelfen könnt. Ähm, ich spekuliere einfach jetzt, dass ich wahrscheinlich hier einen Holzrahmen raufsetzen muss, damit ich dann darauf, also meine Unterkonstruktion, damit ich dann darauf was schrauben kann. Was es dann sein wird, weiß ich nicht. Äh, ich weiß halt, Siebdruck ist schweineteuer. Das kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten. Hier die ganze Wand, äh, verkleiden. Und, ähm, achso, im Übrigen, was mir gerade einfällt, bevor ich das vergesse, vielen, vielen Dank für diejenigen, der mir, ähm, was über die Amazon Wunschliste geschenkt hat. Das habe ich im letzten Video schon gezeigt gehabt und ich freue mich mega darüber. Ich hatte das gar nicht erwähnt gehabt. Es gibt immer einen Link unten in der Videobeschreibung. Der nennt sich Amazon Wunschliste. Dort kann man beispielsweise als Influencer oder als Privatperson eine Wunschliste machen, die ist dann öffentlich. Und wenn du da was kaufst, also du kannst dann den Artikel kaufen, der wird dann zu mir geschickt. Ich kriege deine Adresse nicht mit, du meine nicht. Nur du zahlst es. Und, äh, ja, ist ziemlich lustig für diejenigen, der es dann bekommt. Aber, ähm, es ist quasi so eine kleine Danksagung. Du kannst auch was dazuschreiben. Es ist eine Unterstützung für den Kanal. Und es hat mich sehr, sehr gefreut. Die findest du unten in der Videobeschreibung. Das sind so Sachen, die ich jetzt brauche. Farbe und ich habe keine Ahnung was. Irgendwelche Sachen, ne? Farbe ins Kasten und, und, und. So, äh, das wollte ich euch nochmal kurz sagen wegen Thema Geld. Ihr seht jetzt hier, hier oben ist ein Stahlträger. Das heißt, wenn ich Platten mache, werden die nur bis dahin gehen. Und, äh, ja, ich habe auch anfangs überlegt gehabt, die ganze Halle zu streichen. Aber es ist kein Eigentum und, ähm, da macht streichen, glaube ich, wenig Sinn. Äh, ja, es gibt noch USB-Platten. Äh, weiß ich nicht. Bin ich nicht so ein Fan von. Aber eigentlich dient ja USB-Platten dazu, um das Ganze zu verkleiden, ne? Keine Ahnung. Vielleicht, äh, nee, eigentlich mag ich die USB. Das wisst ihr ja, ne? Aber gut. Gut, könnte man streichen, ne? Oder folieren. Oder mit Blechen bekleiden. Ich weiß es nicht. So, kümmern wir uns jetzt mal ganz kurz um die Beleuchtung. Bei der Beleuchtung ist es nämlich so. Ich habe jetzt von euch, äh, eines, mal habt ihr Luke, Luke Slide empfohlen. Das ist ein, äh, LED-Hersteller, beziehungsweise der vertreibt das Ganze. Das sind so Panels mit Rahmen, die an die Decke angebracht werden. So, mit denen habe ich jetzt auch Kontakt aufgenommen. Und, ähm, ja, dann könnte ich Paumann-Licht nochmal zurückgreifen. Da habe ich jetzt auch schon mal ein, zwei E-Mails hin und her geschrieben, was man hier machen könnte. So, das Problem ist, was für Lampen ich anbaue, das wird nicht so das Problem sein. Es gibt auch die von, äh, Philips. Das sind so Hängelampen, die man, ähm, hinhängen kann. Kostet eine um die 100 Euro. Nehme ich jetzt sechs Stück, da bin ich bei 600 Euro. Ist schon echt viel. Aber, Philips spricht ja für sich, ne. Oder LED-Panels, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht habt ihr ja Erfahrungen mit diesen, ähm, Strahlern von, von Philips. Ich werde sich die mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Jaja, auf jeden Fall, ähm, haben die sehr, sehr gute Bewertung. Ähm, wenn ich diese jetzt verwenden würde, dann würde es mich ersparen, dass ich hier irgendwie so ein Gerüst aufbauen müsste, wo ich dann die Panels anbringe. Weil die Panels, ich kann jetzt nicht 20 Panels von 30 x 30 cm an Seilen befestigen. Es sieht a scheiße aus und b ist das viel zu viel Arbeit. Das heißt, ich müsste eine Unterkonstruktion bauen. Aus Holz, aus Stahl. Ich habe eigentlich davon geträumt, mir so Traversen zuzulegen. Gibt es auch bei Amazon und Co, aber die sind halt schweineteuer. Und, ähm, ja, das werde ich, äh, definitiv nicht machen. Ich kann jetzt nicht für die Beleuchtung hier, äh, 4-5.000 Euro ausgeben. Also insgesamt. Deswegen, ähm, suche ich halt eine günstige, gute Alternative. Und, äh, ich habe mir schon ein paar Tipps gegeben. Ich, äh, ja, ich muss mir mal, ich muss erst mal die Wand machen. Wenn die Wand ist, dann kann ich ein, zwei Werkbänke aufbauen. Und dann, äh, kann ich mich mal um die Beleuchtung kümmern und dann zum Schluss zum Boden. Also muss es halt in Etappen machen. Und dann gibt es ja auch demnächst noch den Umzug. Ähm, aber, pff, viele Hände, ein schnelles Ende. Ich weiß es nicht. Oder, ja, hab ich das jetzt erfunden? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es auch so, ne? Wenn viele anfassen, dann geht das Ganze auch schneller. Ich werde jetzt auf jeden Fall loslegen. Ich werde nicht die Wände streichen. Ich werde nämlich jetzt den Sockel streichen. Da habe ich mir ja Betonfarbe besorgt. Nämlich diese hier. Betonfix nennt sich das Ganze. Äh, 24 Stunden Trockenzeit, 25 Quadratmeter. Ich vermute mal, das reicht für die Sockelkante. Hoffe ich mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und, ähm, ja, abonnieren nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, in den nächsten Monaten, Jahren würde ich hier wirklich ne Menge erwarten. So, ne Kleine. Hier ist Farbe drin. Ich dachte, hier ist Sand drin.